Herzlich willkommen Leute, heute meine kleine Geschichte zu der Sache, dass ich mich mal angemeldet habe im größten deutschen veganen Forum, das es gibt im Internet und ich wurde da innerhalb von ein paar Tagen gebannt, ja, also ich wurde gekickt, ja, weggetreten und ja, da wollte ich euch erzählen, wie das hervorgefallen ist. Auf jeden Fall habe ich mich da angemeldet und habe angefangen zu erzählen, ich wollte den Leuten da helfen und habe den Leuten erzählt, dass tierische Produkte ungesund sind, ja, und dann wurde ich angegriffen von den ganzen Moderatoren und den Leuten, die die Seite da betreiben und die haben halt erzählt, tierische Produkte sollte man nicht essen, weil die armen Tiere und sowas und dann habe ich mal was zu Milch geschrieben, dass Milch ungesund ist und dann wurde ich vom Forum gekickt, und das letzte Bild, was mir da so ein, ja, so eine Bordlegende, ja, mit 5000 oder was Beiträgen da geschickt hat, das war das hier, ne, und darauf, denke ich mal, stüßen sich da auch alle, University of YouTube, ja, kennt ihr das, das sagen so alle Leute, die in diesem Glauben festhängen, dass wenn ein Mensch keine Ausbildung hat, dann kann er keine Ahnung haben, ja, und dieser Meinung sind da die Leute auch gewesen, die Moderatoren, Bordlegenden und sowas, das sind Veganer, ja, und wenn man da was gegen tierische Produkte sagt, dann ist man, wie gesagt, ne, ein Spinner, sagen wir mal so, ne, und hat so, ja, sich sein Wissen selbst angeeignet und so und deswegen kann man keine Ahnung haben, man glaubt an irgendwelche Verschwörungstheorien, ja, Milch ist ungesund, also sowas kannst du bei uns nicht sagen, das ist, wie gesagt, ne, da hast du dir irgendwas ausgedacht, was auch immer, und auf jeden Fall, so wurde ich dann vom Forum gebannt, ja, und hier wollte ich mal etwas dazu sagen, ja, ich werde das Forum natürlich nicht erwähnen, weil ich keine, keine Werbung für diese Seite machen will, ja, da sollte kein Mensch draufgehen, ja, weil, wie gesagt, da kannst du nichts lernen, ja, da lernst du sogar das Falsche, ja, weil die Leute dir dann sagen, ja, wie, Milch ist ungesund, ne, eigentlich nicht, nur die armen Tiere, deswegen sollte man keine Milch trinken, und auf jeden Fall, ähm, wollte ich was dazu sagen, ähm, offizielle Meinung, ich hab dazu schon mal ein Video gemacht, ja, über Ärzte, ich hab dann ja eine ganze Ärzte-Playlist, ja, kann ich euch unten verlinken, aber ich hab auch schon mal ein Video, ähm, gemacht, wo ich erzählt hab, über offizielles Wissen, ja, dass, äh, vegane YouTuber, die angefangen haben, eine Ausbildung zu machen, eine offizielle Ausbildung, ja, Ernährungsberater oder sowas, äh, sind dann, äh, vom Veganismus weggegangen, ja, also die haben wieder angefangen, tierische Produkte zu essen, ja, oh Wunder, oh Wunder, ja, wie kommt denn sowas, und hier wollte ich, wie gesagt, jetzt nochmal was sagen zu University of YouTube, ja, sich das Wissen selbst aneignen, ja, du eignest dir unabhängiges, echtes Wissen an, anstatt offizielles Wissen, ja, und da wollte ich jetzt so ein paar Beispiele nehmen, ähm, ich hab so bei mir unten unter jedem Video ist ein Link, ja, da steht, äh, davor steht, die Ergebnisse meiner Arbeit, ja, und da kann man draufgehen, dann sieht man Testimonials, ja, also Erfahrungsberichte von Leuten, die meine Videos gesehen haben, ja, und da kann man da solche Sachen lesen, wie, äh, es gibt Leute, die, äh, hatten Typ 2 Diabetes, ja, lange, ja, mehr als 10 Jahre lang, und die haben ja einen Diabetologen, der sie behandelt, okay, und die hatten ihre Diabetes-Schulungen und so, und denen wurde erzählt, äh, dass, ähm, wie gesagt, weniger Zucker essen, dann musst du weniger spritzen, ja, und auf jeden Fall, so kamen diese Leute, die, für die man nichts mehr machen kann, ja, Diabetologen behandeln die einfach nur noch, ja, und, äh, dann kamen diese Leute auf meine Videos, zum Beispiel auf mein Typ, äh, Typ 2 Diabetes-Video, ja, und dann auf einmal haben sie das gemacht, was ich dort gesagt habe, ja, mit diesem Wissen hier, kennt ihr das? University of YouTube, ja, ich habe, äh, äh, mein Bachelor of Internet-Videos, wisst ihr, ne, also ich habe unabhängiges Wissen gelernt, ne, jetzt, äh, nicht von Internet-Videos, auch von Internet-Videos, aber auch vieles nicht von Internet-Videos, sondern einfach aus dem Internet, und auf jeden Fall, äh, kommen dann auf einmal so Leute und schreiben dann, nachdem sie ein paar Monate das gemacht haben, was ich gemacht habe, und Typ 2 Diabetes haben, seit Jahrzehnten kommen die auf einmal und sagen, yo, ich bin geheilt, ja, oder fast geheilt, ich muss nicht mehr spritzen, ja, ich brauche die Medikamente nicht mehr, ah, wirklich, du brauchst deine Medikamente nicht mehr, hm, ganz seltsam, ne, University of YouTube hat es geschafft und der Diabetologe hat es nicht geschafft, ja, ganz seltsam, ja, das ist schon, hm, davon gibt es, ich glaube, mindestens ein Erfahrungsbericht ist bei mir auch hochgeladen, weil ich habe das erst vor ein paar Monaten angefangen, ich habe schon 260 Erfahrungsberichte oder so, ne, aber ich habe das geschafft, was der offizielle Diabetes-Wissenschaftler nicht geschafft hat, ja, hm, seltsam, seltsam, wie kann das denn sein, ja, dann gehen wir mal weiter, äh, Übergewicht, ja, ihr kennt vielleicht diese eine Doku, darüber habe ich mal ein Video gemacht, äh, da habe ich, äh, wurde so ein Arzt gezeigt, ne, und er hat gesagt, die einzige Lösung gegenüber Gewicht langfristig für das ganze Leben lang ist sein Magenband, ja, oder Magenverkleinerung und so, ja, und dann, äh, ja, wie gesagt, kommen Leute auf meinen Kanal und, äh, lernen, äh, mein, von mir, ja, und ich habe mein Wissen, wie ihr wisst, ja, von Internetvideos und aus dem Internet zusammengesucht, ich ahnungsloser Mensch, ja, und deswegen findet man, äh, irgendwie 100 Erfahrungsberichte, wie Menschen ihr fettlos geworden sind, ja, und massivst abgenommen haben, ja, 20 Kilo plus abgenommen haben, hm, seltsam, und die ganzen Ernährungswissenschaftler und, äh, 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 Diätologen, ja, die irgendwas von Diäten verstehen sollten, ähm, kennt ihr diese ganzen Dokus, auch veganen Dokus und so, da sind dann Ernährungswissenschaftler, die nicht Veganer sind, die sind dann dick, der empfiehlt zum Beispiel Käse, der ist in den allermeisten Dokus, der ist dick, der Typ, ja, ein kugelrundes Gesicht, empfiehlt Käse als Ernährungswissenschaftler und der anderen Doku, habe ich auch mal drüber gesprochen, ist diese Ernährungswissenschaftlerin, ist auch übergewichtig, so leicht übergewichtig, ne, und auf jeden Fall offizielle Menschen, ja, mit offizieller Ausbildung als Ernährungswissenschaftler und dann kommen so Leute wie ich daher mit University of YouTube, ja, dafür wurde ich vom Forum gebannt, ja, weil mein Wissen ist, äh, nicht offiziell, von daher kann ich nichts wissen, das ist einfach nur, äh, Verschwörungstheorien, ne, und auf einmal verlieren alle Leute, die das machen, was ich sage, Gewicht, ja, unlimitiert essen, ja, keine Diät, sondern mehr essen, unlimitiert essen, ja, du wirst nicht dick von zu viel essen, du wirst dick von falschem Essen, ja, die falschen Produkte, ja, du isst was, was nicht deine Nahrung ist, von daher, ach, ganz seltsam, hunderte von Leuten schreiben mir, wie die ihr fettlos geworden sind, ach, du, Herr Jemine, ja, wie kann das denn sein, und dann, äh, gucken wir uns sowas hier mal an, hier ist oft dann, äh, so ein Typ, ne, der, der hat irgendwie das gemacht, was ich mache und auf jeden Fall zeigt er dann seinen Körper so und so und dann so, ah, ja, wie geht das denn, ha, ja, ich verstehe das nicht, ja, University of YouTube, ja, der, der macht irgendwie diese Sachen, die ich sage und dann auf einmal, äh, ne, geht sein Körperfett weg und Ernährungswissenschaftler sind dick, Ernährungswissenschaftler sind nie Veganer, ja, und dann kommen solche Leute daher wie ich und, äh, auf einmal sind die dünner als die Ernährungswissenschaftler, ja, und gesünder und haben den entsprechenden Körper dafür und so, ja, ist schon seltsam alles, ich weiß nicht, ich zweifle, ich zweifle. Dann der nächste Punkt, so Schilddrüsenüberfunktion, äh, Unterfunktion, ne, äh, kriegt man nicht geheilt von, von Ärzten, ja, äh, kann man nichts machen, da, du kannst Medikamente nehmen oder sowas, aber, und dann, äh, nimmt man die vegane Ernährung an und ist geheilt, ja, gibt es zig Videos auf YouTube, ja, seltsam, seltsam, wie kann das sein, weil irgendwelche Leute mit diesem University of YouTube Wissen, äh, den Leuten weiterhelfen wollen, ja, und irgendwie kriegen die dann ihre Schilddrüsenunterfunktion weg, unglaublich. Dann gibt es da weitere Erfahrungsberichte von, zum Beispiel, MS-Leuten, die Leute, die MS haben, die haben Schübe und dann nehmen die irgendwie vegane Ernährung an und ihre Schübe gehen weg, die haben keine Schübe mehr, ja, so kann man schon fast, äh, sagen, geheilt, ja, MS kann man nicht heilen, aber ihr wisst, was ich meine, ja, wenn du keine Schübe hast, kannst du eigentlich normal leben und auf jeden Fall, ist schon seltsam, ne, ist schon seltsam, diese ganzen University of YouTube Leute. Die sich unabhängiges Wissen aneignen und nicht offizielles Wissen, weil offizielles Wissen wurde von irgendwem geschrieben, ja, und offizielles Wissen wurde von denen geschrieben, die dafür, davon profitieren, okay. Die Industrie sitzt zusammen und die bestimmen, was das Lehrmaterial ist. Deswegen sind Ärzte keine Veganer, Ernährungswissenschaftler sind keine Veganer, Diabetologen sind keine Veganer, was alles ein kompletter Widerspruch in sich ist, ne, aber Leute, die sogar Veganer sind und die fangen eine offizielle Ausbildung an über Ernährung, ja, die geben den Veganismus auf. Versteht ihr? Ganz, ganz seltsam, oder? Findet ihr das nicht auch seltsam? Von daher, das ist meine kleine Geschichte, äh, zu University of YouTube, ja, ich bin ein ahnungsloser Mensch und ihr könnt die Ahnungslosigkeit an mir sehen und an den Erfahrungsberichten meiner Zuschauer, ähm, wie gesagt, ne, das ist, äh, einfach nur unglaublich, ja, wie sowas sein kann. Und auf jeden Fall, Leute, das ist meine kleine Geschichte zu dem, zu der Geschichte, wie ich vom Forum gebannt wurde, für mein, äh, für mein inoffizielles Wissen und wie konnte ich nur so etwas behaupten, Milch ist ungesund und, äh, naja, ich meine, Milch wird doch schon immer getrunken, wie kann das ungesund sein, oder? Ja, das, was der Mensch schon immer gemacht hat, das, das ist das Richtige. Genau, ja, 1A-Logik. Von daher, Leute, na, offiziell hier, ich bin offiziell hier, University of YouTube, Mann, ich habe den richtigen Titel, ja, das geht ab, ja, ich habe Bachelor of Internet Videos, yeah, so sieht es nämlich aus. Von daher, Leute, ihr wisst Bescheid, haltet euch fern von veganen Foren, es gibt bestimmt auch gute, aber, ne, von den größten Foren kann ich da absolut nur sagen, nehmt Abstand, ja. Von daher, Leute, wisst ihr Bescheid, und wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten Video. Ciao.